XXV Puff Wuff Muff I. Peng. Puff. Geistesgegenwärtig springt Pachara hinter einen Baum. Swinilnisch drückt sich flach wie einer Flunge auf die Wiese. Henglei schreit. Stopp, aufhören Opa Willi, ich bin's Henglei. Der ist drüben auf dem Trividulückner. Ein weiterer Schusspann. Opa Willi hör auf. Brüllt Henglei nun so laut er kann. Wer bist du? Rieft der Angreifer los raus, zeig dich du Feigling und hängde über den Kopf. Henglei tat wie ihn geheißen und geht ein paar Meter in Richtung der Schüsse. Naja, so klein wie du bist könntest du ja fast komm her, meine Augen waren auch schon mal besser. Vor dem Hinterreingang des Gebäudes steht ein alter Mann mit rauchender Flinte. Er hat viele Jahre auf dem Buckel, wirkt aber gratig und hatte trotz des Auftritts eben auch gütige Züge im Gesicht. Unter seinem weißen Haar sahen zwei zusammengekniffene Augen angestrennt Richtung Henglei. Schließlich erkennt Hausmeister Wilhelm Rechtenberg den jungen Prinz. Teufel nochmal, Henglei. Wo kommst du denn her? Fragt er kleinlaut. Hinten rappelt sich derweils Wienlnisch der Oberauf, auch Pacharapäck a Bonlut vorsichtig hinter ihrem Baum hervor. Ich mach Urlaub schwindelt Henglei. Gut zu sehen, dass hier alles beim Alten ist. Bester Laune sagt er zu seinen Freunden hinter ihm. Darf ich vorstellen, unser lieber Hausmeister Willi Rechtenberg, genannt Opa Willi. Wohlbehagen sieht anders aus. Beide Angesprochene hatten stattdessen du liebe Güte, Gesichter aufgesetzt. Aha, hm, so sehen also die Leute drüben in der alten Welt aus, wie? Da haben wir ja wenig zu befürchten. Pacharapäck lächelt hilflos. Opa Willi wendet sich nun direkt an Swinennisch. Wer bist du denn? Swinow warf sich in Schale und verkündet bestimmt. Bin ich Swinennisch, Gal, bin ich Swinennisch? Du bist Haushaltsmeister Henglei Bum, Puvu. Hä? Opa Willi versteht kein Wort. Kollege Ruba redet ein bisschen verdreht, Willi. Antwortet Henglei schnell aber sonst ist er völlig normal. Sind meine Eltern da? Fragt er weiter. Nein, deshalb bin ich ja so nervös. Antwortet der fleißige Hausmeister Raze ist auf irgendeinem repräsentativen Kongress und Levi ist oben bei den Parkingern. Kommt mit rein. Da redet sich's besser. Drinnen in der gemütlichen Handwerksspute wird der Hausmeister genauer, er fragt direkt. Also, warum genau bist du hier, Henglei? Zögerlich antwortet er. Nun ja, ich müsste dringend mit meinem Vater sprechen. Persönlich. Wir sind zwar aus der Schule unbehindigt raus, weil drüben zum Glück bald die Frühlingsferien anfangen, auch wenn hier Spätsommer ist, aber wenn meiner Komm sich Natur gefunden wird klar könnte ich einen anderen nehmen. Aber wie dann die Security zum Zielgerät überlisten? Wenn mein Vater also bei den Parkingern ist, dann muss ich möglichst schnell dahin. Das ist das Beste. Wie sieht es mit dem Fuhrpark aus? Ist noch ein fliegender Untersatz da oder nur dieser uralte Schrotthaufen? Was soll das heißen? Fragt Willi Erbost. Die alte Möwe fliegt wie ein Engel. Das ist wenigstens noch gutes altes echtes handgemachtes Fliegen. Hengel zieht eine Grumasse. Ich flieg euch rauf, wenn ihr wollt. Kleinigkeit. Opa Willi bastelt schon seit Ewigkeiten an seiner Möwe Movi rum. Eines der letzten Flugzeuge alter Bauart, vor der Zeit der ersten Besucher vom Rahr und ihren Flügkars. Da es keinen konventionellen Sprit mehr zu kaufen gibt räumt er zum Betanten die umliegenden Apotheken leer oder brennt sich selbst irgendwelche Sprit-Ersatzstoffe aus Alkohol. Der Staat ist eine Sensation, weniger wegen dem blauen Kuhhallen, als vielmehr wegen der Tatsache, dass Movi tatsächlich irgendwann abhebt. Die weitläufige Wiese hinter dem Anwesen reicht gerade so dazu aus. Morschbäume hinten im Nordwesten sehen allerdings aus wie geköpft. Was meint ihr fragt Hengai in die Runde. Oh ja, fliegen, jetten. Sagt Swinilnisch sofort ohne Spur einer Gefahr zu entdecken. Patjara lässt ihren Kopf sinken und schüttelt ihn leicht. Opa Willi hat noch mehr Auflager. Schlimme Zeiten. Vor allem wegen diesem Talk Juriwitsch, dem Militärsprecher ihrer Majestät. Was ein Rottweiler, dieser General. Die sollen uns in Ruhe lassen. Naja, wie dem auch sei. Meine Mühe ist vielleicht steinalt, aber waffentechnisch bin ich auf dem neuesten Stand. Hier, ich bin gewappnet, habe die neuesten Reihenfeuerpistolen da. Er geht rüber an einen alten Sekretär und krankt einige dieser Selbstladepistolen hervor. Hengai schnappt sich eine und zieht sie an. Der Patronengurt ist elegant, kleidsam und kaum von einer normalen Kommhalterung an einem Gürtel zu unterscheiden. Die vollautomatische schallgedämpfte Schnellfeuerkurzwaffe selbst ist äußerst leicht und liegt gut in der Hand. Erstaunlich wozu die moderne Mechanik in der Lage ist. Das ist exzellente Ballistik. Erklärt Willi stolz. Ich gebe euch drei Paar mit, für den Notfall. Wehe ihr spielt damit rum. Die Hohlspitzgeschosse am Gurt reichen für mehrere tausend Schuss. Sind hunderte Patronen. An der Seite stellt man die Geschwindigkeit ein. Wenn man unvorsichtig ist, feuert man das Magazin in einer Sekunde leer. Auch die Munition selbst ist äußerst giftig. Hydra-Zog-Köpfe mit Pleidorn, optimales Aufpilzen bei maximaler Durchschlagskraft. Patra zuckt zurück, ihr Magen dreht sich um. Meint er das im Ernst? Seid froh, dass ich euch nur mit meiner alten Flinte begrüßt habe, aber wer will schon gleich eine Leiche im Hinterhof? Opa Willi lacht laut, aber die Kinder, besonders Patra hatte ein sehr mulmiges Gefühl im Bauch. Ihr ist mehr als den anderen klar, dass sie sich auf keiner Erholungsreise befinden. Nur im absoluten Notfall würde sie sich bereit erklären, diese Mund der Waffe anzulegen. Jetzt geht's also weiter zum nächsten Schock brummelt sie vor sich hin, als die Truppe in eine alte Lagerhalle einmarschiert. Oh nein, da hinten steht sie ja Movi, ein wahres Museumsstück. Was für ein toller Anblick. Ist sofort Opa Willis Kommentar. Er geht an eine verstaubte Truhe und krammt ein paar altmodische Schutzbrillen raus. So Kopielupen hier sind eure Brillen. Meine schnelle Möwe hat selbstverständlich ein Cockpit, trotzdem zieht es manchmal. Besonders bei Reisegeschwindigkeit. Patra prustet durch die Backen, tut aber so wie ihr geheißen wurde. Selbst Henglei hat einen fragenden Blick aufgesetzt. Einzig Swinilnisch der Abenteuerlustige ist mit Feuereifer dabei. Opa Willi klettert hinter das Lenkrad, Swinu springt aus dem Stand auf den Kopielukenplatz daneben. Patra und Henglei setzen sich in Reihe 2. Dann werde ich den Vogel mal anwerfen, meint Willi und drückt den Startknopf. Plotz, plopp. Erstaunlich. Die Propellär beginnen sich zu drehen. Hinten am Auspuff coolend ist blau. Selbst ins Cockpit dringen einige Abgase. Patra muss husten und wedelt mit ihrer Hand vor der Nase herum. Die Startbahn bzw. Hoppellwiese ist erreicht, Opa Willi gibt's unter. Movi knackt und kracht beträchtlich, wird schneller, aber von Abheben keine Spur. Die Baumallee am Ende des Parks kommt zu schnell näher. Gleich dahinter die Herrenhäuser Süntheris, dieser Crash schafft es auf die Titelseiten der Gazetten. Patra, obwohl sonst sehr kontrolliert, gerät in Panik. Willi, hochziehen, rauf, schnell. Kreischt sie in höchster Not. Unter ihnen fliegen die Blätter. Willi pflegt wieder mal den Garten, frische Rasur für die Parkallee. Geschickt schwenkt er zwischen zwei Villen ein und dann endlich gewinnen sie an Höhe. Rauf geht's, im doppelten Sinn hoch nach Norden, zu den Parkingern. Rauf geht's, im aber nicht nur bei euch. Vielen Dank. Vielen Dank.